Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Trustvar anzunehmen bei der Speyerkarte in Bovalus, an dieser Position. Am Ende des Videos zeige ich euch auch den Eingang zu diesem Gebäude. Nehme die Quest jetzt an. Wie ihr seht ist die Karte jetzt hier in der Beta noch matche grün. War schon mal normal, aber durch ein Patch wieder grün. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall einfach auf Trustvar klicken, annehmen. Die Quest ist angenommen und dann ist auch schon die Quest bei Dairia abzugeben in Bovalus, an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. Wie erwähnt zeige ich noch den Eingang zu diesem Gebäude. Das hat zwei Eingänge. Einmal diesen hier. Hier die Map. Hier bin ich. Und dann zeige ich euch auch noch den zweiten. So, hier. Hier auch noch mal die Map. Hm, ich wiederhole mich zwar, aber besser ist. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.